Mann, ihr seid mal ein bisschen heilen hier. Ich muss jetzt echt noch den ganzen Weg da bis zu den... Links noch rennen? Oh Mann. Das ist bis jetzt nur Tag 1. Oh Mann. Das ist noch bei Nacht, bei den ganzen Monstern und... Ja, natürlich muss ich jetzt da auch noch durch. Ja, immerhin. Noch eine Schrauberbank. Bin ich jetzt nicht viel... Ich hab... Messer. Ach, Messer, gut. Haben wir hier auch noch was gefunden? Nein. Hit, hit, hit. Hit. Oh Mann, das sieht hier schon wieder so aus, als wenn mir gleich was passiert. Warum sieht hier immer alles so aus, als wenn gleich was passiert? Ich will mir das mal jemand erklären. Oder bin ich einfach nur... ...wischen verwirrt. Was hab ich hier denn jetzt gefunden? Ein Gürtel. Wunderbar. Auswissen, wofür? Bei der Waffengürtel oder... Ah, Gewehrholster. Das sieht doch gut. Fertige Zwei-Standard-Kugeln für die Jagd-Bissau. Nee, ah. Das ist doch auch gut. Überlebenstraining. Ah. Handwerkzeug. Zwei Erfolge gleich bekommen. Mensch. Phänomenal. Erfreut sich doch unser... ...unser... ...sammlerherz. ...sammlerherz. Natürlich. Natürlich sind hier Monster. Und ich muss bestimmt genau dahin, wo die großen, bösen Klicker sind. Oh, oh, oh. Sind die eigentlich alle? Wo muss ich überhaupt längs? Oh, okay. Da sehe ich keinen. Oh, je. Stalker auch noch. Oh, bitte. Ja, ja. Ja, ja. Geh! Ich mach mir so ne Gedanken hier. Da hinten muss ich hin. Ja, aber ganz schnell weit ab vom Kurs, oder was? Okay, von hier müsste ich gerade wegs hinkommen. Täusch ich mal nicht. Oh Gott! Entschuldigung, wieder einen Umweg. Und jetzt gibt's hier wieder Zombies. Wo war jetzt die Pilzköpfe? Muss ich jetzt wirklich da rüberschwimmen? Warte, er liegt hier aber ein Abenteuer da. Wahnsinn. Was natürlich nochmal verlassen ist. Gut. Klar. Und noch mehr Ekelviecher auf uns warten wahrscheinlich. Sicher. Natürlich. Schickt uns noch mehr Ekelviecher auf den Hals. Oh, Leichen. Weile. Okay, ich krieg gleich einen Bogen. Will. 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 Ich lege mich jetzt hin. Trotz der ganzen Aufregung, vorhin mach ich mich diese Krippe total schlapp. Bitte lass mich ein paar Stunden schlafen, vielleicht werde ich sie dann wieder los. Unser kleines Bienchen hab ich auch schon ins Bett gebracht. Ich glaube die ganze Brutalität hat sie ziemlich erschüttert. Sie hat gefragt, Mama, warum habt ihr diese Leute geschubst? Ich hab gesagt, dass wir nur so an Bord kommen konnten. Sie hat geeneckt, aber ich glaube nicht, dass sie das alles versteht. Vielleicht hätte ich etwas anderes sagen sollen. Ich weiß es nicht. Naja, wenn sie vor mir aufwacht, lies mir eher ein paar von ihren Büchern. Das scheint sie zu beruhigen. Hoffentlich konntest du das Razzitionsproblem lösen. Ich liebe dich. Quinn. Ah, irgendwas ist hier ganz gehörig nicht so gelaufen. Wie das jemand vorgestellt hat. Wahrscheinlich. Im Schlaf. Fuck. Ah, das ist schon echt heavy. Im Schlaf. Uh. Nicht krass. Okay. Keine Swombies hier. Bis jetzt noch nicht. Ah, Armbrust. Cool. Okay. Doch besser. Hast du die alle getötet? Jetzt fehlt nur noch ein Zoom. Natürlich. Hab ich verfehlt. Das war so klar. Boah. Nee. Bin nicht. Da geht's, ne? Oh, Schräubchen. Oh, noch mehr Sachen, noch mehr Schräubchen. Etikett. Ganz wichtig. Kann ich ja mal benutzen. Mag es nicht, wenn mein Leben unter der Hälfte ist. Da haben wir noch einige. Und ne Pfeile, schnell, Pfeile aufsammeln. Okay. Aber gut, die sind stabil und können häufiger eingesammelt werden. Ein Teddy. Und ne Münze. West Virginia. Ja. Achso, gut. Mediköt, gut. Gut. Ja, ist ein Clicker. Komm schon halt irgendwo an. Ja. 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 Noch irgendwo einer? Da habe ich keine Armbrustpfeile mehr oder was? Das wäre ja doof. Ich mag meine Armbrust. Come on. Ja, super. Nee. Alles verschossen. Nicht gut. Ich will ihn hier wieder aufnehmen. Oh man, jetzt habe ich keinen Armbrustbolzen mehr. Sowas kann auch nur mir passieren. Wirklich? Ich bin nicht bald mal da. Ich nehme schon ganz schön doll wieder. Soll ich einfach runter, oder? Ach, da muss ich runter. Oh, und ich habe keine Armbrust, wirklich keine Armbrustbolzen mehr. Da ist einer, da ist der Clicker. Ja. Ja. Ja.